Die Tänzerin Ich bin von all dem Glanz wirklich geblendet Ach, Paris ist Paris Alle hier haben einen so unglaublichen Schick Finden Sie als modisch versierte Dame das denn nicht auch beunruhigend? Darüber brauche ich mir keine Gedanken zu machen Denn Herr Zollinger ist ein überaus großzügiger Wohltäter Sehen Sie sich nur all die Leute an Die ganze Pariser Crème de la Crème scheint hier versammelt Ich kenne nicht einen einzigen davon mit Namen Außer Ihren vielleicht Aber das ist ja nur ein Künstlername Heute Abend könnte das Wetter nicht besser sein Hoffentlich fängt es nicht an zu regnen Meine Frisur wäre ruiniert Dann auf bald Schöner Tag Sie sind doch diese Tänzerin Ich muss Ihnen sagen, ganz Paris ist von ihrer Art zu tanzen entsetzt Mein Mann eingeschlossen Oh je Na, er ist Politiker und da muss er eben entsetzt sein Doch ich als Frau, nun, ich finde sie sehr wagemutig Oh, vielen Dank Paris hat größere Bedeutung als mein Mann Und selbst wenn er nicht für Sie bereit ist, die Stadt ist es Welches Amt bekleidet denn Ihr Mann hier in Paris? Öffentliche Sicherheit Er ist ganz vernarrt in Elektrizität und lässt überall Straßenlampen aufstellen Um die Stadt Nacht sicherer zu machen Hier sind alle so elegant angezogen Wie gefallen Ihnen denn die neuesten Abendkleider? Gott sei's gedankt für diesen Umbruch Ich sehe lauter Frauen, die unbeirrt von ihren zweiflerischen Männern selbst über ihre Erscheinung bestimmen Ich sehe nicht sehr viele Künstler hier auf dem Künstlerball Guter Gott, nein Das hier ist die Haute Volée, meine Liebe Keine Bohemiens Wohlstandsbürger und keine Arbeiterschaft Ein schöner Abend Finden Sie nicht auch? Sie scheinen ein wenig zu frösteln Geht es Ihnen gut? Sehr aufmerksam Aber danke Ich fühle mich ganz wohl Und Sie? So gut wie eine Tänzerin ohne Aussichten Und ohne Impresario sich eben fühlen kann Oh, Sie Ärmste Sie haben ein gutes Herz Und das ist leider selten Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, will ich das gerne tun Vielen Dank Ich habe Monsieur Astruc schon beinahe dazu überreden können Sich meiner Tanzkarriere anzunehmen Doch er schwankt noch ein wenig Und möchte hören, wie andere darüber denken Könnten Sie mir da vielleicht behilflich sein? Aber nur zu gern, meine Liebe Ich finde Ihre Art zu tanzen sehr elegant und absolut neu Und außerdem sind Sie doch die personifizierte Verlockung für diese Dummköpfe von Männern Das ist genau, wonach ich suchte Haben Sie vielen Dank Schöner Tag Hallo, mein Name ist Rupert Zollinger Zu Ihren Diensten Ich heiße Marta Hari Die Tänzerin, richtig? Vielleicht haben Sie ja meine Darbietung heute Abend gesehen Vielleicht Auch wenn ich das niemals zugeben würde Viel zu gewahrt Paris ist am Abend besonders schön, finden Sie nicht auch? All die Lichter, das bunte Treiben Da haben Sie wohl recht Ich hingegen bevorzuge Zürich Nüchternheit fördert die Geisteskraft Es ist ein Privileg, sich an einem so schönen Abend unter eine so illustre Gesellschaft mischen zu dürfen, nicht wahr? Ja, ein schöner Abend Und eine fantastische Gelegenheit für Snobs aufeinander herabzusehen Aber Sie sind doch auch hier Sind Sie auch ein Snob? Manche Leute glauben das, ja Darüber erlaube ich mir noch kein Urteil Warum, weiß ich auch nicht Jeder hier ist so elegant, so du jour Beeindruckt Sie das denn nicht? Oh doch, sehr Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin Meine Begleiterin, Mademoiselle Rouillet, bestand darauf, ihre neueste Robe vorzuführen Sie sehen so einsam aus, so allein, wie Sie dastehen Hat Sie Ihre Begleiterin im Stich gelassen? Oder halten Sie vielleicht nach jemand Neuem Ausschau? Ich unterhalte mich damit, mir dieses Mode-Defilé hier anzusehen Eine ganze Yacht ist billiger als so manches Kleid hier Sehen Sie zum Beispiel meine Begleiterin da drüben Es kostet ein Vermögen, sie nach der neuesten Mode auszustaffieren Was glauben Sie? Ist sie es wert? Das kann ich leider nicht beurteilen Aber sie ist gewiss eine ausgesprochene Schönheit Das mag wohl sein, solange sie nicht schmolbt Doch gegen ihre strahlende Erscheinung Könnte sie es leider in keiner noch so schönen Robe aufnehmen Oh, höre ich da etwa ein Kompliment? Das könnte man sagen Oder mit anderen Worten Sie sind der leuchtende Stern dieses Walls Nun Hallo, da bin ich wieder Das war eine sehr fesselnde Darbietung heute Abend Ich hoffe, mehr davon zu sehen Herr Zollinger hat mir ein Kompliment gemacht Er sagte, ich sei der leuchtende Stern dieses Balles Hm, ich bezweifle, dass Astryk davon beeindruckt sein wird Dieses Kompliment wäre aus meinem Munde wesentlich wirkungsvoller Nun, also Ich finde ihre Tanzkünste sehr raffiniert Und ihr Schauspiel wagemutig Für mich sind sie damit der leuchtende Stern dieses Balles Wie klingt das? Sie sind sehr großzügig Na, haben Sie jemanden gefunden Der ein Loblied auf Sie singt? Ich habe gerade eine nette junge Dame kennengelernt Die findet meine Tanzdarbietungen sein Eine Offenbarung für jede moderne Frau Was Sie nicht sagen Beinahe Sie findet mich elegant und kultiviert Und hält mich für einen Männermagneten Eleganz alleine reicht leider nicht Für mich ist nur wichtig Dass die Leute sie absolut großartig finden Ich habe gerade einen etwas geheimnisvollen Herrn kennengelernt Kommt Ihnen der Name Samsonnet irgendwie bekannt vor? Nun, er lobt meine Verwegenheit als Tänzerin und Schauspielerin Das ist doch dieser Schweizer Geschäftsmann Ich habe von ihm gehört Und immerhin scheint er Sie zu kennen Vielen Dank Meine Liebe, das ist ganz offensichtlich Sie sind wagemutig Sie sind wagemutig, schön und originell Ihrem Talent zu machen Werden Sie all mein Können brauchen Dann willigen Sie also ein? Hier, meine Karte Oh, vielen Dank Besuchen Sie mich im Theater Dann werden wir uns weiter unterhalten Der heutige Abend war ein voller Erfolg Ich habe Jelle Astruc Den berühmtesten Impressario von Paris Dazu überreden können, sich meiner anzunehmen Jetzt müssen wir beide nur noch gemeinsam dafür sorgen Dass sich Paris in mich verliebt Und für dieses Privileg auch noch zahlt Mir ist da gerade etwas eingefallen Ich freue mich schon auf Ihren nächsten Auftritt Mata Hari Warten Sie einen Augenblick Monsieur Samsonnet Sie waren ganz fantastisch heute Abend Ja, aber es war harte Arbeit Und ich bin sehr müde Verzeihen Sie mir Aber ich habe über vieles nachzudenken In der Tat gibt es mehr zu bedenken Als Sie sich vorstellen können Was meinen Sie damit? Ein Geschäftsmann muss vorausschauend denken Denn das erleichtert die Investition Wissen Sie? Ich bin so eine Art Wahrsager Möchten Sie etwas über Ihre Zukunft hören? Sie sind ein merkwürdiger Mensch Von heute Abend an liegt mein Schicksal Ganz allein in meinen Händen Vielen Dank Tut es das? Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen Ihre Zukunft vor Augen führe Sie werden auftreten Aber nicht sehr oft Astruc wird Ira sehr bald überdrüssig werden Denn Geld ist knapp Jüngere Tänzerinnen werden Sie imitieren Und schließlich übertreffen Ihre vielgerühmte Schönheit vergeht Und die Männer werden sich dann nicht mehr länger darum schlagen, Sie zu unterhalten Am Ende stehen Sie dann bettelarm allein auf der Straße Wie grausam Sie sind Warum quälen Sie mich ausgerechnet heute Abend damit? Was macht das schon? Ihre Geschichte, so traurig sie auch sein mag, ist völlig bedeutungslos Während Sie Ihre Tänze darbieten, rüsten die Nationen Europas für den Krieg Und dabei benehmen Sie sich genauso töricht wie Sie Auch Sie alle glauben, Sie könnten nur gewinnen Dann besteht wohl für niemanden Hoffnung Nun, es tut mir leid, Sie zu enttäuschen, Monsieur, aber ich bin Optimist Das bin ich auch Hier ist eine andere, hoffnungsvollere Variante Ihrer Zukunft Sie schließen sich meiner kleinen Truppe von Händlern in Sachen Staatsgeheimnissen an und tanzen nebenbei Das Geld strömt nur so herein und Sie werden reich Indem wir zusammen Informationen an alle Seiten verkaufen, zeigen wir Europa, dass ein Krieg unmöglich ist Habe ich richtig gehört? Sie wollen mich als Spionin anwerben? Zum Wohle der Menschheit, ja Die schöne Helena hat einen Krieg angezettelt Ich bezweifle, dass ich einen aufhalten könnte Sicherlich nicht allein und nicht mit einem Mal Aber das ist doch lächerlich! Was soll ich denn tun? Den Kaiser vergiften? Ich dachte da eher an etwas weniger Kriminelles Gehen Sie wieder zurück auf den Ball und verführen Sie diesen Zollinger Dann bringen Sie mir einen Abdruck seines Siegels Meine Anatomie-Kenntnisse mögen vielleicht unvollständig sein, aber was genau meinen Sie damit? Es geht um einen kleinen Metallstempel, Zollingers Firmensiegel Es ist 5000 Fr. wert Leicht verdientes Geld für jemanden mit ihren einzigartigen Fähigkeiten 5000 Fr.? Aber Zollinger hat doch schon eine Geliebte Dann sollten Sie dem abhelfen Hier ist ein kleiner Liebesbrief für Mademoiselle Mal sehen, wie sie auf mein Flehen reagiert Und was geschieht, wenn meine vielgerühmte Schönheit verblasst? Diese Karriere hält sich ein Leben lang Wenn Sie daran zweifeln, unterhalten Sie sich mal mit Fräulein Dr. Schragmüller Fräulein Schragmüller? Sie arbeitet auch für Sie? Tja, wer hätte das gedacht? Was mache ich nur? Irgendwie muss ich jetzt Rupert Zollinger verführen Ein Mann, den ich kaum kenne Ich soll einen Abdruck seines Firmensiegels besorgen Aber wenigstens sieht er gut aus Mir ist da gerade etwas eingefallen Ah, dann haben Sie sich uns also angeschlossen Oskar hatte Sie von Anfang an im Auge Was für ein merkwürdiger Mensch Wie gut kennen Sie ihn denn? Er ist schwer zu fassen, aber er zahlt gut Denken Sie immer daran Jetzt, wo Sie eine von uns geworden sind Gibt es kein Zurück mehr Außer den Tod Was für ein tröstlicher Gedanke Sie sind doch auch eine Frau Wozu braucht er mich denn? Ist es denn nicht offensichtlich? Ich verfüge zwar über einiges Geschick Aber Verführungskunst gehört leider nicht dazu Viel Glück Im Theater wünscht man sich gegenseitig Hals- und Beindruf Na gut Dann lassen Sie mich wissen Wenn ich Ihnen eine Schiene anlegen soll Ich bin wirklich nicht ausentes Anlegen soll ich Ihnen das Anlegen soll ich Ihnen dass Sie ein möchtet haben Aber ich darf Ihnen nicht ausentes Ich bin es Aber ich bin es Ich bin es